alle abonnieren auf jeden fall abos dalassen daumen nach oben dalassen support ist kein mord weil ich selber supporte ich jetzt kümmere ich mich um den scheiß stelle ich hab die schnauze voll von dem ding gut das war falsch wie hieß das ding hab ich sagen da haben wir nachschub scheiße da brauchen wir die saphira gut jetzt hat sich erledigt oxygen sealer hier war auch noch was dafür brauchen wir auch wieder eisen und mass für den automatik automatic hammer sowieso ich habe die menschen hier könnte man eine dimensional chest machen wenn man eine herstellt gut sorting irons für was ist dieser sorting iron chest gut eine gute frage denn ich bin co2 und so haben die schon die haben sie sogar schon in gold das sorting copper chest weil dann bräuchte man die quest eigentlich nicht machen einfach mal kurz geben und dann fertig die haben schon einen iron casing von quantum flux es läuft bei denen zum glück sind die heute nicht da ich glaube die würden uns ja richtig alt aussehen also mit sie hat sie werden jetzt schon auf maß wie stellt man die her eine eisen kiste zwei gold zwei eisen gut kann ich die quest nicht machen so jetzt jetzt so mel wenn nur noch zwei durchging und danach haben wir voll titanium ok wie war das mit co2 beschäftigt sich nur mit mein schirm der hat ganz schön viel zeug davon haben wir doch auch aber nee ich habe mich gerade verguckt das was ich hier gerade geguckt habe das haben die noch nicht weil da brauchst du ja zwei stecks eisen ähm das war mein schirm das ist ja was für dich kokain hast du immer noch nie hergestellt oder kann ich noch nicht wieso haben wir noch zu wenig von diesem nitro noch was achso ähm aber ach shit ich habe das sieb ausgelernt hätte ich vielleicht nicht machen sollen aber es geht jetzt schlimmer mit einem durchsieben müsste voll sein ja fast so ein durchgang noch ja ok kannst du mal die sachen hier raus danke und den cobblestone hier aus der mittleren maschine die sachen mal rausnehmen eigentlich ich möchte da mal kurz was gucken haben wir noch irgendwo eine transfernote oder so hehehe ich habe carbon gemacht mhm ne nicht dass ich wüsste ach doch haben wir haben hehehe ich brauche noch 24 carbon dann können wir wieder eine quest abgeben ja müsste oben sein echt warum sagst du mir das nicht warum sagst du mir das nicht ne wir haben gut kein carbon äh äh anna darf mir kurz äh 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 du der mickrigste briefkaster den ich je gesehen hab das ist so mickrig das ist so mickrig ja gut ich wollte das herstellen weil du hast nicht carbon nanotubes und das ist das normale kaputt ne ne du brauchst das carbon für die quest carbon nanotubes 27 stücke mhm ja und diese carbon nanotubes kriegst du aus 4 stacks carbon ja aber ich ach was will ich denn hier unten ich brauche halt nur die nanotubes das carbon nanotubes für eine quest mhm und wie hast du dann die hergestellt die die ich jetzt hab ja das sind doch die nanotubes ja aber wie hast du die nanotubes hergestellt heheheh berufsgeheimnis ernsthaft sag ich dir gleich äh 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 okay dann guck ich mal bei den anderen kurz rein ne sag ich dir gleich schatzi mhm beziehungsweise ich kann es dir auch gleich zeigen die haben sechs stück davon die snack ich mir jetzt einfach mal also die kriegen was kriegen die jetzt von uns schon alles wieder sechs dias ach egal ich kriege irgendwann mal eine maschine komm mit runter und ich brauche kurz Sauerstoff kannst du nicht von meiner liebe zu dir leben Sauerstoff zählt dazu toll so nimm das noch mal raus und und hast du gesehen einfach aus dias ja 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 ich wollte da keine dias dafür deswegen ach das ist doch scheiß egal schatz guck mal wir haben schon 21 stück wir brauchen noch sechse und dann kann ich die Quest abgeben und dann haben wir nämlich einsteinium gold und silber und gold ist gut denn ich brauche gold das ist immer noch der beste briefe kosten ich finde das ist aber ein kleines lager bei euch hier unten ich werde es irgendwann nochmal erweitern so wie wir vielleicht ein bisschen größer ja aber halt nur für aber halt nur wie gegen Mindchirm für Mindchirm meine ich achso naja wir machen das gleich direkt für alles 1,2,3,4,5,6,7 also wenn man das sieht dann das ist der beste äh jede Base hat jetzt eine 2 bekommen äh hier unten hatten die ihr Zeugdruck ja 1,2,3,4,5,6,0,6 DC die haben Sodium, Magnesium, Chlorin, Titanium, Eisen, Lid, Gold Hydrogen, Zellulose, Calciumcarbonate, Sucrose, keine Ahnung was das ist und Carbon. Super. Ok. Da muss ich doch warten, muss noch ein paar Dears durchkommen. Und Schatzi schon wieder so ruhig, das macht mir so... Warum bist du so ruhig? Red mit uns, wir beißen nicht, außer du möchtest es. Wenn du mit dir alleine im Spar stehst, redest du nicht. Immer Totenstille, ich weiß. Das nervt mich auch ein bisschen so. Das ist es halt. Dieser Stern kotzt mich einfach nur an. Genau. Bis hier wieder was durchkommt. Wieso kommt auf einmal nichts mehr durch? Das kann doch nicht sein. Hä? Strom? Der kriegt gar keinen Strom? Es ist Nacht. Und da war sie weg. Ich... Ich... Jetzt krieg ich da wieder Strom. Äh... Ich muss das so mit anschließen, weil es ist Nacht. Leider Gottes tut mir leid. Ich wundere mich schon, warum hier nichts mehr rein kommt. Ne, du machst erstmal nichts mehr rein. Ich brauche das Ding dann auch mal. Äh... Dieser Stern. Und dann kann ich kein Eisen herstellen. Doch, kannst du dann. Bei mir geht das ruckzuck. Ruckzuck, wir haben kaum Strom. Oh. Ist ja noch mal zwick, aber bist da unten drin. Nimmst du dein Zeug hier mal raus? Ich bin noch Strom dran. Äh... Mimimimimi. Ich sag' nur noch Strom dran. Oh... Beryl... Chromium... Vanadium. Ey, nee, ich war noch nie fertig. Und... Jetzt gucken wir mal da. Kriegst du so große. Okay, machen wir das so. Ein halbes Ding. Muss reichen. Aber ich habe hier wieder neue Sachen. Die hast du bestimmt noch nicht. Oh! Hm? Ähm... Ich habe... Beryl... Chromium... Und Vanadium bekommen. Andy an der Seite ist so... Äh... Punkte haben. Die kannst du noch mal zusammen machen. So dass da quasi sowas wird. Ich werfe sie dir zu. Ich glaube nicht, dass du das schon hast. Hm... Das... Äh... Chromium habe ich schon. Okay. Das V habe ich noch nicht. Und Beryl... Sind... Die Einzelbestandteile habe ich schon. Achso. Ich habe nämlich hier zwei Emirates durchgehauen. Hm... Aber das V habe ich noch nicht. Na ja, kannst du mal sehen. Hast du schon Endstone und Obsidian hier durchgehauen? Nein, weil ich erst mal auf, äh... Dings wollte. Achso. Achso. Okay, dann sortiere ich das erst mal oben ein. Mhm. Aber die Obsidian Farm läuft auf jeden Fall auf Hochtouren. Wir haben schon 45 Stück und über ein Stack. Endstone. Ähm... Ja... Was jetzt, äh... Oh, das ist, äh... Strom! Scheiße ist das viel. Ja, deswegen... Wir haben noch einen Stirling Generator. Irgendwo haben wir doch einen Stirling Generator. Den kannst du doch mit anschließen und, äh, mit Kohle Strom generieren. Oh? Ich habe den, äh, oben in der Kiste gefunden. Maren? Ja, kann ich machen. Ja. Guck mal, wie viel... Ähm... Dings man aus einem von diesen komischen... Von dieser komischen... Ähm... Wo brauchst du Strom? Direkt hier beim Chemie-Dekop-Shazer, ne? Ja. Guck mal, wie viel man aus einem Block ausbekommt. Äh... Was macht denn ihr grad? Aus einem? Aus einem? Aus einem einzigen. Oha. Yay. Ja, okay, das ist nice. Wir brauchen halt eigentlich nur noch so einen Autocrafter. Guck dir das mal an, wie viel Saft der kriegt. Komm auch noch? Aha. Ja. Das Ding kommt Gorni hinterher. Das ist schon fertig. All. Bitte schön. Bitte, bitte. Warum nutze ich das Ding nie für das Sieb? Wenn das so schnell geht, das würde auch besser kommen. Geht's drum mehr? Ja. Und dann, weil ich die Kohle jetzt rausgenommen hab. Hehehe. Hehehe. Warte, ähm... Ernsthaft, man fällt nicht mal ins Loch rein, weil das Ding... Ich hasse diesen Stern! Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, kann's jetzt mal was. Ja, äh, kannst du wieder machen das... Nee. Genau. So, was kann man damit noch machen? Also, Quantum, Flux, Storehouse, Quantum-Disc. Kriegt er wieder genug Strom? Naja. Nö. Genug ist relativ. Ich kann dann auch gerne noch einen Stirling Generator herstellen, also. Ich gehe dann aber erst mal offline von Minecraft. Okay. Dann auf jeden Fall erst mal schon mal einen schönen Abend dir. Jo. Euch allen auch. Danke, danke. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ja. Jetzt läuft die Batterie hier oben voll, das sollte nicht sein. Ähm. In und out. Es geht raus. Ja. Ja, jetzt läuft die Energie. Ähm. Sch. Ach, ernsthaft. Ähm. Stimmt. Was hat Maven eigentlich die ganze Zeit gemacht? Ich habe nicht ein bisschen auf ihn geachtet. Du musst doch auch nicht auf ihn achten. Das ist einer von wenigen, wo ich sagen kann, ja, also den kann man in mehreren Projekten dabei haben. Nee, sowas, sowas meine ich jetzt nicht. Ich, ich, äh, ich weiß jetzt gerade nicht, was er gemacht hat. Oder was er machen wollte. Achso. Oder was er halt verbraucht hat, aber ich weiß, hey, was ich hier halte. Ja, wir verstehen dich überhaupt nicht. Mich auch nicht, super. Er weiß nicht, was er verbraucht hat, damit er es wieder herstellen kann. Ja. So ähnlich. Glaube ich. Ähm. Ich. Oh, lol, haben wir noch Eisen? Ich habe 17 im Inventar für das, was du da machen musst. Ja, nee, behalte die bei dir. Ich habe gerade drei genommen. Ich baue uns nochmal drei Sterling Generator. Mhm. Die kosten ja überhaupt nichts. Ganz ehrlich, ich baue uns jetzt hier unten auch nochmal eine Werkbank hin. Denn das geht mir gerade auf den Sack. Und die baue ich nicht beim Stern hin. So. Äh, was brauche ich das da? Was soll ich dazu sagen? Stern. Stern. Hm. Scheiß Stern. So, ich mache erst einmal nur einen, dass du noch was hast. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass unsere... Cobblestone, äh, unsere Baumfarm auf jeden Fall gut läuft oben. Sonst haben wir bald das Problem. Denn wir brauchen Holzkohle, um den zu befeuern. Oder normale Kohle. Oder aber Holz. Mhm. So, ich habe jetzt erst einmal das hier. Ich mache gleich noch was rein. Aber es müsste auf jeden Fall schon mal was zeigen, dass es powert. Ja. Gut. Und dann machen wir das für dich gleich ein bisschen angenehmer. Hey, kann ich kurz was ausprobieren? Wie viel Schaden mein Schwert macht? Nein. Oh. Ja, gleich weiter. Machen wir in der nächsten Aufnahme. Machen wir in der nächsten Aufnahme.